Hey ho, hier ist Ronja und wir spielen heute zusammen mit der Izzy Roblox. Und zwar, die Izzy hat einen neuen Roblox-Account. Qualen fischen, qualen fischen, qualen fischen. Wir gehen heute qualen fischen. Richtig. Wähl ein cooles Boot aus, okay? Was ist denn ein gutes Boot? Ich kenn mich nicht so aus. Findest du das mit der Ente gut? Ja, das ist süß. Okay, ich nehm das mit der Ente. Bitte nimm das. Ja, war es. Bist du bei mir eigentlich? Ja, bist du. Achso, übrigens, Leute, damit die das wissen, ich bin nicht Liad. Mein Account wurde gehackt, deswegen spiele ich mit dem Account von Liad. Hat vorhin schon fleißig Roblox gekauft. Okay, willst du fahren? Meinetwegen? Ja, warte, ich bin eins abwurte. Ich hab die Waffe. Ich knall einfach jeden ab, der uns jetzt... Das klingt unglaublich vielversprechend. Ronja, weg da! Buh, buh. Okay, der Hai. Der Hai ist ein normaler Hai. Das sind immer die Anfänger-Hai. Daran erkennt man das. Ich wollte dramatische Musik machen. Wolltest du die Hai-Musik machen? Ja. Also, kannst du nicht fahren? Ja, ich hab irgendwie... Wie sitzt du nicht auf Steuerplatz? Ich sitze auf dem Steuerplatz. Wo sind wir denn hier? Ja, das weiß doch jeder. Sind wir in England, oder was? Okay, oh, gerade ist es so dunkel. Alles klar. Hier, der schießt ohne Grund. Oh, hinter uns ist der Hai. Nein! Deswegen ist es zu dunkel geworden vielleicht. Hey, Leute, wo... Oh, warte, warte, nein. Das Ding ist, wir können überleben, wenn er uns nicht frisst. Wenn wir... Oh, ich hab den gar nicht kommen hören. Hey, überhaupt nicht. Wie? Oh, nein. Also, ich bin auf einem guten, äh, sicheren, sicheren Platz. Okay, cool. Ich seh' du auch. Ja, es geht. Okay, irgendwie. Und Hai. Der Rest ist aber ordentlich in Ruhe, ne? Okay, aber die Leute im schwarzen Boot, die schießen auf ihn. Okay, das ist gut. Wo ist er denn? So eine Art Suppenschüssel. Nee, der Hai, der ist da hinten, macht der jetzt Stress. Siehst du das? Da ist eine Explosion. Ja, das hab ich gesehen. Ja, guck mal. Hä, der verliert voll. Wir sind voll gut. Also, nicht wir. Wir? Gar nicht. Doch, wir überleben easy. Trinkst du eigentlich lieber so mintige Getränke oder eher süße? Eher mintige, schätze ich. Ich weiß nicht. Ich trink normalerweise nur Wasser. Ach so, okay. Aber so süßen Sachen mag ich nicht. Die sind mir zu süß. Monja, du kannst dich hier ans Steuer setzen. Siehst du mich? Ich bin echt süß. Du fliegst einfach. Schubelst. Trink, geh mal hin. Und der Hai wurde getötet. Ja, das war alles unsere Leistung. Und da ist easy cheesy wieder. Wir kommen zurück. Bist du in einem Boot? Ich bin auf der Titanic. Bist du auf der Titanic? Alles klar. Ich bin ausgetimed. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Bist du auch auf der Titanic? Ich bin der Hai. Nein! Ja, dann viel Spaß beim Titanic-Fressen, Ronja. Ja, ist echt so. Ich glaube, das ist eh ganz gut, weil die Steuerung ist mir zu hoch. Was? Das bin ich nicht mit klar. Als Hai oder was? Ja. Warte, ich verfolge hier jemanden. Ich bin sauschnell als Hai. Ich sag's dir. Ich bin schnell wie der Wind. Ey, du glaubst nicht, wie nice es auf diesem Schiff ist. Oh, ich seh dich, Titanic. Ja, die ist aber noch kaum zu übersehen. Entschuldigung, so meine junge Dame. Muss nicht immer der Hass kommen. Ja, wo bist du denn? Ich versuche dich abzuschießen. Entschuldigung. Hier, nimm das. Nee, ich hab jetzt hier ein Boot erst mal getötet. Boot getötet? Wie geht das denn? Ich seh keine Insassen, deswegen kann ich leider hier noch keinen. Ah, hier ist ein Insass. Ah, ja. Da ist er, da ist er. Das sind die Schmecken, Ronja. Für drei Zehne hab ich mir schnabuliert hier. Zwei Leute waren das. Jetzt geht's auf die Titanic zu. Ich suche dich gerade. Hier ist sogar ein Beiboot, das könnte ich mir klauen und dann damit fahren. Ja, mach das doch. Ja, mach ich, glaube ich, auch. Ja, vielleicht machst du's. Vielleicht schnapp ich dir ein Beiboot. Ja, ich kann damit wirklich fahren. Oh mein Gott. Oh was, es gibt zwei Haie. Guck mal, da ist noch einer. Das bin gar nicht ich. Was? Tja. Ja, dann gucken wir an, wie ich jetzt die Titanic nieder... Guck mal, wir machen die kaputt. Ich bin runtergefallen. Viel Spaß, ihr Haie. Guck mal, das geht wie Butter. Alles klar. Man sieht zwar wenig, aber ich stecke fest. Das ist, ob ihr das gesamte Boot auffresst. Ja, es ist ganz offensichtlich. Ist das so. So funktioniert das Haileben. Ja, genau. Weiter jeder. Haie essen Boote. Om, jom, jom. Ja, jetzt ist nämlich... Au, ich werd angeschlossen. Au, au, au. Oh, oh, wer macht das? Wer ist denn so böse und würde dich anschießen, Ronja? Easy, das frag ich mich auch. Kannst du dir das vorstellen? Wer würde sowas tun? Weißt du, so ein armes Mädchen, so eine arme, kleine Ronja? Ja. Und dann schießt jemand auf. Schießt einfach mal ein Loch ins Bein. Ins Bein? Ja. Ins Bein. Ah, okay. Also, manche würden jetzt behaupten, naja, ihr habt keine Beine, aber das wäre natürlich Quatsch. Ah, das sind die Hater, auf die brauchst du gar nicht hören. Ganz klar. Die sagen alles immer schlecht so. Ja, also ich sehe die Menschen halt nicht, aber hier sind so rote Spuren im Wasser. Ich denke, das ist das Blut, was ich schnüffle. Als Hai. Ich finde euch nicht. Hier sind alle noch Hai. Wir sind hier zu zweit und fressen das Boot auf. Ja, ihr versteckt euch armselig. Ich finde euch nicht. Ich weiß, was rotes. Ach, doch, da seid ihr. So rotes, jetzt rotes. Dö, 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 dö. Nee, ist weggeschwommen. Hä? Wieso sind die so schnell? Ich dachte, ich bin schneller. Ich dachte, ich bin Hai. Bist du gar nicht. Du hast nur noch übrigens 33 Sekunden, um alle zu töten. Ansonsten war es das. Ich habe noch eine erwischt. Fünf Haizähne. Zack. Irgendwie verliere ich immer Haizähne, beziehungsweise kriege ich Haizähne, wenn ich jemanden esse. Ich weiß nicht genau, was da die Mechanik ist, aber es scheint so zu funktionieren. Wie viel ist das? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, ne, weil normalerweise. Hä? Gar nicht. Da hinten ist noch ein roter. Das bist bestimmt du. Wo? Lebst du noch? Ja. Bist du bei dieser Insel? Nein, ich bin nicht bei der Insel. Nein. Ich bin bei der Titanic. Die Titanic ist doch bei der Insel. Drei. Nein. Eins. Und null. Das Hai-Leben. Das hat nicht geklappt. Wir haben alles zerfressen, was ging. Aber der Hai wurde nicht getötet. Das ist auch noch eine Lüge. Das Spiel lügt. Ja, stimmt. Ja. Aber guck mal, es haben echt wenige überlebt. Also ihr habt richtig viele Leute rasiert. Richtig. So. Okay. Willst du fahren? Ich fahre. Gut, dann schieße ich wieder. Ich möchte aber jetzt bitte nur noch mit Köpfen angesprochen werden. Ah, ein Hai! Boom. Der Hai war noch gar nicht da. Du lügst einfach. Ja, ja, genau. Okay, also ich nehme jetzt hier meinen Platz ein. Und oh, guck mal, es ist wieder Tageslicht. Im Tageslicht kann man die Haie besser sehen. Fällst du runter? Es ist viel besser. Da ist er! Wo? Oh, ich schwimme auf den. Okay, aber es gibt ja zwei. Ja, das stimmt. Der jagt gerade ein anderes Patrouillenboot. Das kann natürlich nicht so angehen. Dem helfen wir. Lass ihn. Wir holen ihn. Okay. Oh. Du hast Angst, dass du einfach gerade hier über Bord gehst. Aha. Wie sie? Den triffst du echt oft, Izzy. Oh. Ich schaffe ihn. Ich treffe ihn ja. Warte, ich fahre ihn weiter hinterher. Ja, fahr mal nie heran, weil so kann ich auch gar nicht treffen. Nee, natürlich, das ist ja auch meine Schuld dann. Ja, richtig. Ja. Oh, jetzt hast du ihn getroffen. Der hat 80 Mal und dann habe ich getroffen gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt einfach umdreht und uns tötet, aber... Ja, das würde er auch tun. Das ist so ein bisschen das Risiko. Nee, er sieht uns nicht, wenn wir hinter ihm sind. Die Sicht als Hai ist echt schlecht. Der ist aber doof. Merkt er nicht, dass ich ihn die ganze Zeit anschieße? Nee, ich schieße ja daneben. Ich wollte gerade sagen, nee, merkt er nicht, schießt nicht. Ach, Mann. Jetzt ist er unter Wasser. Ah, er kommt wieder. Da, okay, perfekt. Bewegen sich Haie sofort in den Delphinspringen. Oh, was ist denn das für einer? Das sieht aus wie ein Wal. Der sieht richtig hässlich aus irgendwie. Entscheid dich mal hinter welchem Erfeln. Warte, ich fahre hinter ihm her. Oh nein, er dreht sich. Oh nein, oh nein. Easy, easy, easy. Oh. Hat er dich gefressen? Wasted! Steht auf meinem Bildschirm. Ah, ich auch. Das war wohl nix. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben es versucht. Wir waren, klar, wir waren die Ersten, die gestorben sind. Aber wir haben Heijagd gemacht, ja? Eben. Wir waren auch die Einzigen, die dem Hei Schaden gemacht haben, ja? Ich habe das Gefühl, bis jetzt haben wir mit dem Entchenboot die besten Erfahrungen gemacht. Also der Große, der hat uns leider nur in den Tod getrinken, sehr schnell. Aber wir können auch das Häschenboot mal ausprobieren. Oh, das ist ja süß. Das ist, glaube ich, so ein Osterding. Aber es ist ja auch bald Ostern. Das stimmt. Es ist wirklich bald Ostern, oder? Okay, ich fahre uns. Alles klar. Der Hai wurde freigelassen. Es ist auch nur einer. Das heißt, wir gewinnen jetzt. Ja, okay, okay. Hol die Waffe raus. Ich hol die Waffe raus. Äh, zack. Hast du dich fest auf dem Boot? Hältst du dich gut? Ich halte mich gar nicht gut. Nicht rausfallen. Ich setze mich hier auf den Sitz. Du darfst nicht zu viel rumhypnen. Da sehe ich leider gar nichts. Oh, oh, warte. Wir nehmen Kurs auf den gefährlichen Monsterheim. Okay. Ja. Aber ich kriege das hin. Ich habe das im Griff. Okay, du musst halt nah ranfahren. Oh Gott, die Störung ist ja auch schwierig. Wo ist er denn? Weil hier muss er irgendwo auftauchen. Er muss ja irgendwo wieder die Luft schnappen. Muss er Luft schnappen? Er ist da rechts. Er tönt das Boot. Nein, der hat das erste. Oh, oh. Oh, er hat zwei Leute auch erwischt. Er wird uns holen. Nein, nein, nein. Er wird uns nicht holen. Doch, der holt uns. Nein, nein, nein. Der holt uns nicht. Easy. Positiv denken. Da, der hat das nächste Boot geschnappt. Der holt uns nicht. Wo ist er denn? Oh Gott, ich falle. Oh, ich bin wieder drin. Oh nein. Aber guck mal, der macht schon. Also, der ist schon nicht mehr so ganz am Leben. Dem geht es nicht mehr so. Stimmt, der hat schon richtig viel Schaden passiert. Richtig. Ich sehe ihn noch nicht mehr. Okay, ich drehe. Ich drehe. Okay, und Schuss. Er muss wieder auftauchen, gell? Oh, ich muss nachladen. Mit er. Nein! Oh nein, ich bin gefallen. Er wollte gerade uns. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich bin hier. Oh Gott, er kommt auf mich zu. Ich fahre an Himmel, ich hab mich tot. Wo bist du? Er hat mich gefressen. Hä, Ronja? Ich bin über Bord gegangen. Du bist über Bord gegangen. Und dann war ich tot. Nein. Das wusste ich nicht. Das war ein harter Unfall. Aber es ist okay. Ich hatte mich auch gefressen. Hatte ich auch gefressen. Die Leute sagen auch komische Dinge. W-Dat, W-Dat, A-W-D, A-W-D, A-W-D. Naja, und ganz viele Paragraphen. Wahrscheinlich ist das irgendein Gesetz, was wir nicht kennen. Oh ja. Ich bin dumm. Hat sie geschrieben. Kann ich jetzt nicht widersprechen. Ich finde deine neuen Haare richtig hübsch. Die sind voll süß. Die sind so süß. Deine aber auch. Es gibt mega viele neue Roblox-Haare. Richtig schöne. Da muss ich nachher weiter Roblox-Sachen shoppen gehen. Ey, guck mal. Der Haar ist gleich tot. Ja, warte. Wo ist er denn? Können wir ihm zugucken. In seinen finalen Stunden. Da hinten ist der gelbe Kreis. Vielleicht hat man vom Leuchtturm eine gute Sicht auf ihn. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Falls er noch so lange lebt. Er hat nicht mehr viel Leben. Warte, warte. Ich fahre hoch. Oh, jetzt hier so Fahrstunden. Das dachte ich auch gerade. Das wäre nice. Oh, hier ist Ende. Hier ist Ende. Oh, da ist er. Warum passiert dir nichts mehr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Hai versteckt sich. Ich glaube, der Hai denkt, er gewinnt, wenn er die Zeit aussitzt. Ist er da unten im Wasser? Ja, das ist, wo der gelbe Kreis drum ist. Was macht er denn? Ich weiß nicht. Oh, da ist noch jemand. Der schießt auf ihn. Jetzt ist er tot. Und das war's mit dem Hai. Was für ein Loser. Überleben, ne? Wir nicht. Wir nicht, ne. Editiert das einfach im Nachhalt im Schnitt und schreibt uns mit drauf. Schreibt uns mit drauf. Ich sag mir beim Editor Bescheid. So, eine weitere Runde. Erfolgreich überlebt. Das war's dann aber auch. Genau, also das war's jetzt wirklich mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert Isis neuen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Der ist. Sonst springt sie über Deck. Ja, genau. Ihr müsst mich jetzt auch nicht verantworten. Das war das letzte Outlook-Video, was wir gemacht haben. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020